was geht ab meine lieben freunde ich heiße euch herzlich willkommen zur zwölften folge vom the last of us part 1 let's play das letzte mal sind wir genau hier stehen geblieben weil dieser ich sag mal kanalisation oder so ein abfluss ist das auf jeden fall genau ich bin gespannt was uns hier erwartet auf jeden fall vieles seid gespannt lassen dicken fetten daumen hoch da und wir machen direkt weiter freunde ich hoffe ihr seht auch alles klar und deutlich ist ein bisschen dunkel ist auch super okay wir machen weiter was sollte eigentlich gehen du gehst da lang ich gucke mich jetzt hier noch ein bisschen um wir haben jetzt hier vom letzten mal nicht so viel munition guck mich hier ein bisschen noch um okay da treffen wir uns dann wieder nicht schlecht nicht schlecht schauen was hier ist das mal oh mein gott oh mein gott bruder habe ich mich erschrocken alter ich dachte kommt so ein scheiß monster raus also zombie ja ich habe mich so erschrocken gerade aber er wollte hier glaube ich versuchen es aufzumachen er hätte nicht funktioniert er warte ellie macht das schon mal auf ich gucke mich hier ein bisschen bei denen um ja sie hat jetzt die tür aufgemacht junge nein ich gehe zu ellie wird sich extra mühe gegeben soll er doch allein seinen weg gehen komm ellie wir gehen zusammen ach so das ist kein weg sondern eine dinge ist stark es liegt hier um wäre das schon mal gut und zettel jetzt bin ich seit einigen monaten weg und die welt geht weiter und zugrunde wo man auch hingewert gibt es habe ich sehe und nicht infizierte die tisch töten wollen die menschen sind da wieder teil der nahrungskette baby und glaube ich dass ich so lange überlegen konnte die kanal setzen ist ihm die sicher wegen der wenigen ein und ausgänge ist sie leicht zu verteidigen und wenn doch jemand herankommt kann ich ihnen in diesem irrgarten abhängen ich bin zwar nicht hart aber ich bin schnell vielleicht sollte ich einfach unten warten bis oben wieder alles normal ist ich glaube ich bin jetzt erst mal ein kanal maulwurfmann und ich mir glück ich doch überlebt doch überlebt dann war das kann sich sein skelett ja wenn sein skelett draußen ist wie soll das hier in der kanalisation sein also wie sollte er diesen brief geschrieben haben und so aber das ist schon krass okay dann hat er ja überlebt alter das macht mir jetzt angst oder der chillt einfach jetzt hier willkommen ellie so was hier oder voll dunkel man sieht nichts hätte ich nicht die taschenlampe aber wie dunkel hier ist nicht oder einfach auto und so kommen wir das alles hier da rastet ist und so ich hoffe mal gucken wir gleich scheiße probier es nochmal bruder wo rüber tschau mal sag mir er kommt jetzt hier nicht hoch das wasser ist so schmutzig aber fürs überleben muss man alles machen irgendwie bringt das hier nicht hoch oder dass er hier nicht hochklettern kann einfach check ach scheiß drauf ja ich komme da nicht hoch was soll ich denn machen jetzt was will er jetzt von mir ihr bleibt da warte mal irgendwas muss er doch jetzt hier machen oder nicht okay jetzt macht es mehr sinn da willst du mich verarschen hier gibt es auch nix guck mal das auto oder kann man die türe öffnen liegt da jemand noch alter oh fireflies ding oder es kann auch nicht sein alter hier kann ich nicht durch hier auch nicht keine ahnung wo es weiter geht aha also doch hier aber bruder ich war doch da da hat mir nix angezeigt achso das hang da dran ok warte ich mach oder du hä soll er es machen oder was ach bruder er muss im wasser sein weiter hoch kann er nicht weil es ja viel zu hoch ist warte ich weiß doch manchmal gibt es hier noch irgendwas irgendwas verstecktes ich kenne mich doch schon langsam hier gut aus oder leider nix ok hier geht es weiter ok mhm 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 jetzt nix hier oben kletter hoch bruder ok da geht es auch weiter aha die zwei kleinen hätte ihr das wir nehmen erstmal das da ist jemand dann warum sollen wir uns das zu schwer machen der hat einfach überlebt mal die schweine runter aha oder ich hab keinen stein oder nix oder das hat ihn so zerfetzt ich ekelhaft so schauen wir uns hier kurz um ok können wir strom erzeugen ich dachte grad horror horrorspiel haben wir noch rein aha brief wieder so ja hier eine brief von wen von ich von gestern habe ich leute getroffen die nicht sofort auf mich schießen wollen aber ich weiß wir haben folge rausgehauen sie sind wieder wir hatten kinder aber entschieden sehr verängstigt was hätte ich ihnen in diesem ort erzählt aber was wenn sie die anderen sind was wenn weißt du was es ist mir egal was bei mir wenn niemand über den äh hitze nach morgen werde ich vielleicht fragen sie mir hier gesellschaft ok vielleicht meint er uns oder gibt es noch welche andere die kinder mit haben wer weiß ok hier gibt es noch was ok das ist schon mal gut aber somit hat sich das hier schon mal erledigt ok so dann machen wir das mal ganz schnell hier diridit ja Freunde ich hoffe euch geht's soweit gut ich hoffe euch gefällt das was ich hier mache ich hoffe ich kann euch kann euch unterhalten auch wenn man sprache manchmal sehr behindert ist. Ja, moin, jetzt hängt es wieder. Ich dachte, das hängt jetzt wieder. Muss ich die jetzt bis nach hinten schieben, die ganze Zeit? Warum kann sie nicht schwimmen, Bruder? Schneller, schneller. Ja, moin. Ach so, hierhin. Oder wo geht es lang? Ja, hier. Warte doch. Hä? Warum geht es denn nicht da hoch? Komm. Du musst mich verarschen, Alter. Wo soll sie dann hin, Junge? Ey, Bruder, ich komme mir verarscht vor. So, oder was? So. 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 Digga. Wohin denn? Hierhin. Ey, Bruder. Digga. Ich habe fast um, Bruder, weil hier irgendein hoch geht. Ey, Bruder, ich fühle mich so verarscht. Was wollen die von mir? Hier geht es doch hoch, Sie Kermsen. Ich check's nicht. Was wollen die von mir? Ich kann mich so... Ich bin hier vor allem. Hier. Okay. 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 ich stecke es nicht wenn es nicht hier ist wohin denn dann ist das deren ernst oder ohne sinn und er kann dann nicht hoch und wie soll ich da hoch wenn er hier zu schwer ist angeblich ja und jetzt weil da hinten war eine lücke bruder da konnte man durch ist mir egal hier ich dachte es wäre der weg wo wir weiter müssen ich komme hier ist gar nichts egal ich bin einfach umsonst gekommen ach bruder und ich dachte es wäre der weg wo wir wieder hin müssen alles krippt weiter geht's ok freunde dann geht es hier bei zweiter gibt es hier noch irgendetwas ja anscheinend nix oder warum ist das hier so freunde das macht mich immer misstrau ich irgendwas muss doch immer hier liegen oder warum ist das so gebraucht anscheinend nix dann los ja natürlich das ist was sehen wir gleich wichtig bitte lesen sicher gehen dass alle türen abgestimmt nach dem personen werden kommen nicht rumstehen nur laut spielen ist ins versteck rein wenn der alarm los geht das könnte wirklich ja noch jemand sein da hat jemand seine waffe vergessen den will ich unbedingt beim nächsten bahn ausprobieren so gucken wir uns mal um vielleicht finden wir noch munition dazu ja bruder guck mal was hier rum schwimmt das kakerlaken oder was so auf seiner seite oh mein gott wie viele aus das macht er das verstand er geht da rein da steht zweimal daneben die ehrenfrau hat uns einfach munition gegeben und hier lag auch noch ein bisschen was das waren die ja bruder die sind also wirklich schon sehr lange hier unten guck mal wie da schon verdorben ist guck der, alter sorry leute ich muss das aber machen aha wir haben jetzt munition aufgesammelt hier noch irgendwas hier noch irgendwas schon gut hey bruder wie alles hier verschimmelt ist so hier noch irgendwas nix hier war noch ein zettel gleich gucken wir uns gleich an wo ist der wo ist der aha hallo susan ich wollte nur bescheid dass dieser Regenfänger einraus sieht ihr wart ziemlich genug wasser sammeln zu können und sich vom fleck zu gehen ich hoffe mit dem haus dass ich kinder einige was zu geben habe und sich den ganzen tag über anders gespitzt wenn du nicht willst dass sie ha dass sie sie haben lasst mich hören und ich will ihnen das weg wir sehen uns beim abendessen heute abend kleine warnung am rande keine macht schon wieder seine speziellen hackbraten ich ist er das bruder weil er das ja hier aufgesammelt hat waren sogar kinder unten was wohl mit den kindern passiert ist jetzt kommt gleich irgendwas ich habe schon das gefühl das ist auch schon mal gut kk aha das haben wir eh jetzt kann er anscheinend guck mal hier die kinder haben das drauf geschrieben jetzt haben die geschrieben sie mussten nicht leiden ach die armen kinder hier ist jemand die sind gefangen wahrscheinlich sind alle tot einige von den kleinen sind bei mir die infizieren stehen vor unserer Tür ich weiß nicht wie lange wir es noch aushalten wenn ich und die anderen am leben sind wenn sie uns vielleicht erreichen wenn es soweit ist werde ich schnell tun Kylie oh man oben ist bestimmt noch was Tegel alter oh mein gott einfach ein Dings hier wie heißt er so mal vergessen wie die scheiße er ist machete hier irgendwas übersehen nix ok ja Freunde es ist jetzt eine Folge von entdecken und suchen geworden aber ich hoffe es macht euch dennoch Spaß zuzuschauen es ist ein bisschen ruhig gerade aber ich hoffe das ist nicht allzu schlimm für euch also mir macht es eigentlich Spaß aber ich hoffe es kommt jetzt nix was uns überrascht hier irgendwas hoffentlich oh mein gott oh das war knapp das war ich ich hab ein Sicherheits-Tor ausgelöst oder so Henry kriegen wir das hoch einfach Rollentausch jetzt oh mein gott oh mein gott oh mein gott wie viele clicker scheiße jungen oh man jetzt sind wir getrennt von Ellie ok scheiße Bruder wir müssen die wiederfinden diese Schweine die das gemacht haben ja jetzt regt mich grad so auf aber guck mal wie viele Schrauben hier liegen sammle die auf als wären das Pfandflaschen hier sind noch irgendwas ok das haben wir genug ok vielleicht können wir uns hier ja eine Nagelbombe zum Beispiel anfertigen ein ja äh na äh Hast du gesehen? Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Warte mal. Oh mein Gott. Renn. Oh mein Gott, das sind diese ekelhaften. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Bruder. Ey, Digga, das kann doch nicht sein, ey, wie viele da sind. Scheiße, Bruder, wir haben auch nichts zum Werfen, ja. Oh mein Gott. Alter, warum? Alter, ich hab so Gänsehaut gerade. Warum läuft der so? Wie Spider-Man. Oh mein Gott. Er kommt doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Das Ding ist kaputt gegangen. Oh mein Gott. Alter, hab ich mich erschrocken. Bruder, ich dachte, da kommt noch jemand. Bruder, die sind so ekelhaft. Alter, fahren wir, die laufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da piss ich. Hey, Bruder, der macht mir so Angst. Er kommt wieder. Guck mal, wie der läuft. Oh mein Gott. Da piss ich, Junge. Oh mein Gott. Schon wieder einer. Gib ihn, gib ihn. Die sind so eklig. Oh mein Gott. Wo ist der? Oh mein Gott. Sind die viele denn noch? Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Ja. Okay. Ey, Bruder, die sind so ekelhaft. Ich hab mich so erschrocken auch. Sollten jetzt alle erledigt sein, eigentlich. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Ja, vor allem hier kann er hochklettern, aber... Ach, boah, das ist so schwachsinnig manchmal. Ja. Bruder, hier hat einfach jemand gepennt. Die haben einfach hier Bette und so hingebracht. Oh mein Gott. Guck mal, was da ist. Einfach ein Bild von jemandem. Oder seine Kleidung und so. Okay, hier haben wir schon alles erledigt gehabt. Okay, dann gehen wir hier mal hoch. Bruder. Die haben sich ein richtiges Netz hier gebaut, ne? Guck mal, die Arme. Oh mein Gott. Oder die waren so überfallen. Tun mir richtig leid. Ich will gar nicht wissen, was mit dem geschehen ist. Hier, guck wieder. Leiche. Oh mein Gott, sogar Bibis und so waren hier. Ja. Die Arme. So eine Beschützer. Die tun mir so leid, Alter. Guck mal, Spielzeuge und so alles. Oh mein Gott. Ich will gar nicht wissen, was die erwischt hat. Bruder, hier waren wir doch. Scheiße. Ich lauf nochmal hoch. Okay, von der Seite hier geht's nicht weiter. Aber vielleicht hier hoch. Ja, auch nicht. Was denn? Hat er was gesagt? Okay. Leute, ich hab grad so Schiss, ne? Hier, guck mal. Haben die immer gekackt und gebisst? Oh mein Gott. Du Scheiße. Okay. Ist das abgesperrt? Oder kann man das öffnen? Ja. Okay, hier geht's dann weiter. Oh mein Gott. Ich wette, es waren viele hier. Leute meine ich. Sieht so aus. Okay. Tut mir echt leid. Ich will gar nicht wissen, was mit denen passiert ist. Ich glaub, da liegt noch jemand oben. Okay, wo geht's weiter? Weil ich will hier einfach nur raus. Keine Lust, ne? Okay, da. Aha. Aha. Und die sollen wieder hoch? Warte mal. Hier? Ne, von hier kamen wir doch. Gibt's ne Leiter oder was? Gibt's ne Leiter oder was? Also hier geht's weiter. Okay. Hilf mir hoch. Na bitte. Gut gemacht. Oh mein Gott. Hier, guck mal, diese Roboter. Okay. Äh, hier irgendwas. Ne. Gibt's aus wie Munition. Ist das Ellie? Na los. Oh mein Gott. Herin. Schließt die Tür. Geh weg von der Tür. Harte Glück. Okay. Der lässt ihn da durchkriegen. Lass ihn, lass ihn. Oh mein Gott. Okay, renn. Renn. Helikop. Oh mein Gott. Oder hier ist alles eingebrochen. Alles verpackt, Digga. Komm. Ja, so schnell sind die jetzt auch nicht, dass die uns hinterher kommen können. Okay. Schnell hier um. Bam, bam, bam. Aha. Am dich aber schon. Aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann nicht das Wasser. Was war das für eine Waffe? Mach von der anderen Seite auf. Warte, chill doch mal. Na los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Los. Okay, gut. Hey, du komm. Ja. Ja. Ja, mal los. Das kriegst du mal, du Zigeuner. Oh mein Gott. Hey, komm raus. Los, raus. Oder ich habe keinen Bock mehr, diese Scheiße zu bekämpfen. Fuck, wir haben wohl vergessen, Munition zu kommen. Scheiße. Ich hätte die bekämpfen sollen. Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Stark. Wir sind nah. Komm, na los. Gut, dass wir das überlebt haben. Ja, meine Freunde. Und an dieser Stelle werden wir dann bei der nächsten Folge weitermachen. Infiziert im Inneren, nicht öffnen. Ach was. Scheiße, Mann. Wir wären fast draufgegangen. Wir haben es geschafft. Ja. Hey. Genau, meine Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben es überlebt. Wir sind jetzt raus aus der Kanalisation. Es war echt cool. Da drin, ein bisschen so. Du weißt, Tiki Miki machen. Ein bisschen Bad Zombies hochnehmen. Aber jetzt sind wir, guck mal, wo wir sind, Freunde. Seid gespannt auf die nächste Folge. Denn an diesem Ort werden wir dann bei der nächsten Folge weitermachen. Ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst einen dicken, fetten Daumen hoch da. Freut euch auf das, was noch kommen wird. Und ja, mir gefällt es auf jeden Fall bis hierhin. Das ist sehr geil. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Peace.